Natrium-Uberschuss, Hypernatriämie, Ursachen Ein Natrium-Uberschuss beschreibt eine zu hohe Natriumkonzentration im Blut. Der medizinische Fachausdruck lautet Hypernatriämie. Schwere Formen der Hypernatriämie können schlimmstenfalls lebensbedrohliche Folgen haben. Der Natrium-Uberschuss kann entweder durch eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme, starken Flüssigkeitsverlust oder eine zu hohe Natriumzufuhr ausgelöst werden. Wenn ein Flüssigkeitsmangel dazu führt, dass das Blutvolumen abnimmt und gleichzeitig die Konzentration des Natriums im Blut steigt, spricht man von einer Hypernatriämie mit Hypovolemie. Ein Flüssigkeitsmangel kann grundsätzlich auf zwei Wegen entstehen. Entweder wird zu wenig Flüssigkeit aufgenommen oder zu viel ausgeschieden. Insbesondere bei älteren Menschen, Kindern und intubierten Personen besteht eine erhöhte Gefahr, dass sie zu wenig Flüssigkeit aufnehmen und dehydrieren. So entsteht im Blut ein Flüssigkeitsmangel, der zu einer relativen Erhöhung des Natrium-Spiegels führt, obwohl die absolute Natrium-Menge nicht steigt. Der zweite Mechanismus, der zu einer Hypernatriämie führen kann, ist ein massiver Flüssigkeitsverlust, beispielsweise in Folge von Durchfall, wiederholtem Erbrechen oder übermäßigem Schwitzen. Auch die Einnahme von entwässernden Medikamenten, Diuretika, kann zu einem übermäßigen Flüssigkeitsverlust führen und Personen, die unter Diabetes in Sipidus leiden, sind ebenfalls gefährdet. Alle durch Flüssigkeitsmangel verursachten Formen der Hypernatriämie gehen mit einer sogenannten Hypovolemie einher, einer Verringerung der zirkulierenden Blutmenge, Hypernatriämie mit Hypovolemie. Bei einer überhöhten Natriumzufuhr steigt hingegen das Blutvolumen, weil das überschüssige Natrium viel Wasser bindet. Dies wird als Hypernatriämie mit Hypervolemie bezeichnet. So kann ein Natriumüberschuss im Blut auch durch eine übermäßige Natriumaufnahme hervorgerufen werden, zum Beispiel infolge einer kochsalzreichen Ernährung in Verbindung mit natriumreichen Getränken oder durch natriumreiche Infusionen. Diese Art der Hypernatriämie, bei der zu viel Natrium aufgenommen wird, ist aufgrund der hohen Bindefähigkeit des Natriums für Wasser immer mit einer Hypervolemie, Erhöhung der zirkulierenden Blutmenge, verbunden. Bei milden Verlaufsformen kann das Blutvolumen annähernd gleich bleiben, Normovolemie. Die Symptome, die bei einer Hypernatriämie auftreten, entstehen durch die Veränderung des Konzentrationsgefälles zwischen Extra- und Intrazellulärraum. Außerhalb der Zelle steigt der Natriumgehalt an, während er in der Zelle zunächst gleich bleibt. Dadurch wird der Zelle Flüssigkeit entzogen. Sie dehydriert, schrumpft und verliert an Funktion. Auf diese Weise entstehen Symptome, die zunächst sehr allgemein und unspezifisch ausfallen. Diese Symptome können auch mit anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden. Deshalb ist eine Hypernatriämie anfangs oft nur schwer zu diagnostizieren. Mehr erfahrt ihr unter heilpraxis.de